Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu TheFuck, das Dicko, der Trudi und ja. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, wir sind gerade wieder aus Kanada raus und müssen jetzt zurück zu den Mädchen und denen das Dokument bringen, was unser lieber Minister von was weiß ich übersetzt hat. Ja, meine Kamera mal wieder unter hier ein bisschen, ich bin wieder so nah dran und dann, das ist voll schwierig, meine Kamera richtig zu machen, nein, da ist mein Finger, ah ja, die Kamera, so, so, ist schon besser. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt mal zurück zu den Mädchen, ich bin ja nicht schön, dass wir alle so pink und fluffig und da, hallo, ja, 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 Sunshine! Ich wusste, dass es die Mädchentoilette ist. Ich wusste es. Schon immer gewusst. Ja, das klingt doch gut, wie er denn... Oh, ne, auch so. Hier im Keller kann ich aber noch nichts nehmen. Bin ich richtig? Ist nach links. Okay. Oh, hier nicht kaltes Haus? Schöne Leute. Oh, so, so. Das stimmt, Karl ist ja der cute... Everyone listen up! The girls have agreed to fight by our side! The Pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Gnatas! Today, we are not elves and humans. Today, we fight as one! What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons! Let us delve their dungeon with swords and sorcery! Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons! Kevin, goddamn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. What the fuck? 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 Oh, we need to change our shields. Oh, we need to change our shields. Wait, they need to change our shields. We need to change our shields. Oh, see what's got a card man. Ach komm, ich nehme mal Karten mal. Das ist ein Superheld. Was ist das? Äh, Barbarenrüstung anlegen mal. Ändern. Nein, ablegen. Und ablegen. So. Dann, äh, Barbarenrube ändern. Was ist ein Superheld? 4.15% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% Gesundheit hast. Ähm. Äh, oh, das klingt sehr gut. 200%, äh, 200% Schaden. Ähm. Hm, nein. Äh, nein. Äh, soll ich kurz reinkommen? Äh. Nein. Äh. Anschrauben. Ah, Nagasaki war das. Ja, Moment. Moment. Moment mal. E... E... Stoene Knetcher Wie soll er ins Wasser gehen denn? Hehehe So Hehehe Hatte sich's auch einfach machen also von daher Ups Ja Ah geht's jetzt mal da runter Danke Muss das noch ausmachen Irgendwie selber da reinkommen Hehehe Habt ihr nicht gesehen Schneid dich raus Okay Oh das ist eine Schneider Auf in den Krieg Hallo Hallo Ah Im Schaden Was das so gut war Naja Konzentration Bloody Konzentrier dich Wir haben es geschafft mit Nagasaki Wir haben es geschafft mit Nagasaki Ich weiß nicht, dass wir es so machen können Wir haben es geschafft mit Nagasaki Mit dem Das ist die Musik Und wir haben Nagasaki NAKAZAKI! Krieg ist eigentlich nie eine Lösung Aber manchmal... Fühlt einfach Alarm! Genau! Ah, jetzt muss ich wieder an den Bums denken Die übliche Alarm-Lied Oh nein Das war zu viel Das ist gut Das war klar, meine Anzeigung. Magische Rakete Aber Flapschleppere erstens verfallen An der Reihe Die Klinge Die Klinge Die Klinge Die Klinge Ich brauche Nagasaki Nein Schnell Ich muss eine Manatrank nehmen Jetzt Naga Sacki Oh Leute, die sind ja nicht alle tot. Kommen sie mit uns! Ah, nein, 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 nein. Ah, ich habe gegen Nazis verloren. Das darf nicht sein. Es darf eigentlich nicht sein, dass wir gegen Nazis verlieren. Ich glaube, ich muss meine Waffe doch ändern. Äh. Er hat nur meine Waffe, die gut gegen Nazis ist, oder? Ne. Pass aber. Doch, ja. Ändern. Das kommt da raus. Und kommt dann ein Auge... ...hier rein. So. ...hier rein. ...hier rein. Auch! Kleine Pussy. Du bist da jetzt. Äh, Gegenstände. Ein... Äh, wo ist das? Kleine Maler dran? 30, nein, das ist super. Ich glaube ich. Ach, gut. Nagase... Nagasaki. Und... Nagasaki! Okay. Okay. Jetzt gehen auf einmal direkt alle weg, okay? Okay. So. Oh, das Kanäke ist süß. Oh, das ist Kanäke. Oh my god, das ist Kanäke. Oh my god. Wie, komm, dass ich jetzt auch hier bin. Wow. Ah, Nagasaki, okay. Ehhh... Ehhh... Ja. Vielen Dank, Piraten. Danke. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Oh nein. Fick this. Niemand tut unserem Eik weh. Niemand. Danke, Saki. Okay. Weiter geht's. Tiefer zum Feind. Oh mein Gott. I am level 15. Oh, er ist level 15. Oh, er ist level 15. Oh, erst mal kaputt schießend. Oh mein Gott. Just hold on till I'm done Oh, heh 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 You're gonna get it, Craig, you fucking traitor Oh no Oh no NO Hey, you're saying one of them, not two We have to win this fight It's going so much Wee, 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 wee Wee, 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 wee Was? Bitte was? Was? Du wolltest es nicht anders Nagasaki Wee, 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 we Belegungs-Trank bitte... Karten. Vielen Dank. Okay. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, Leute. Es tut mir also sehr leid. Okay. So. 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 Und so. Komm schon. Karten. Mach es. Wir haben es geschafft. Wir haben Craig besiegt. Und Craig besiegt. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben Craig besiegt. Und mit diesen Worten beendet ich diese Folge und sage Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zunächst mal. Ciao Treib. Eure Bladi. Ciao.